und herzlich willkommen in der nächsten und weiteren folge von hey scone wir sind hier jetzt erstmal dabei dieses ding auch zu spüren die beweise hier irgendwo kann ich mich nicht durch zwängen müsste von hier durchkommen wahrscheinlich müsste ich hier an der stelle sein da ist komm schon scheißkerl kriegst du ach so ich bin die ganze zeit vorne umgelaufen habe ich nicht gesehen aber jetzt wo ich die eine leichte kontrolliert habe dann ist er auf einmal da und die horne gibt es so oder so nicht jetzt wirst du nicht mehr versuchen menschen ohren als beute einzutaschen jetzt schwimmen wir uns nochmal um aber die horne ist wirklich weg jetzt siehst du ja richtig hier in diesem nudge muss richtig stinken ich bin Warte mal, gibt's hier noch irgendwo diese einen Nero-Dinger? Da ist der Fenner Ähm, komm mal drüber Ach so, es ist ein Wreck Dann können Sie sich mal ein bisschen nach uns Die, bist du da? Ja, Adi Hey, hör mal Ein Patient von mir hat uns gehört Er hat einen gesunden Hund gesehen Okay, ich höre Südlich von Shermans Camp liegt eine Anlage Ja, ein paar Hütten im Wald Weißt du welche ich meine? Nein Okay, sie liegt am Satyam Highway, die zu einem Sägewerk führt Ähm, und Ricky sagt, ihr wärt da gewesen, wegen der Harderm Ja, als ihr einen Tag lang unterwegs wart Zu Damm Oh, ja, ja, okay, ich weiß, wo du meinst Ich bin so müde, mir fallen gleich meine Augen zu Ich bin so müde, mir fallen gleich meine Augen zu Ja, ich bin so müde Ich kann mich nicht mehr so zeigen. Das war's für heute. Land! Land! Nein! Kann! Nein! Nein! Ich glaube... ...wenn wir mal ziehen in den Tunnel rein. Ja, ich glaube auch. Oh, hier ist ein Tunnel. Ich bin mir sicher, wo der Tunnel liegt. Ich darf mal da hoch. Ah, ich sehe es. Warte mal. Ich bin zu dritt, Digga. Der Wolf hat mich entdeckt. Das ist mein Bike. Okay. Kann auch mal mit dem Bike rüber. Mein Bike ist wo? Ja. Da unten. Ich weiß nicht, dass es doch klappt. Ich bin zu dritt, Digga. 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 So viel Pech kann man doch gar nicht haben, Alter. Was ist das? Ach mann... Kannst du ihn nicht unterschießen? Das bewegt sich nicht mal... Was ist das nächste Camp? Das ist das nächste Camp! muss ich den missile neu machen das tor auf was heißt hier nur wie geht es dir? wie geht es dir? wie geht es dir? das Ding ist auch Max kommt bald wieder vorbei vielleicht habe ich dann was neues Sieg, wie geht es dir? du ein neues neues, dass ich nicht lache ich ziehe den Scheiß nochmal neu versuchen ja, das ist genau die Klippe ok nochmal gut so und hier macht man nicht mehr Konzentration sondern Lebenspunkte wird schon schief gehen 20 die Klippe ist hier echt mies so, hast du mal hier ganz wie du willst das ist ich glaube 250 ist das maximale Lebenspunkt zu haben ich bin mir nicht sicher weil du 10 Stück oder so kriegen kannst warte mal 10 kannst du maximal pro Ding auffüllen dann ist das 50 warte mal also 2 sind 50 dann hast du 2 verbraucht dann bist du 4 bei 100 100 200 200 ist hier noch irgendein Niro Ding da kann ich da wie mache ich das eigentlich mit diesen äh achso im Überlebensmodus schnellreise im Überlebensmodus nicht wieso nicht na gut dann holen wir uns noch Kofi also ich würde sagen die 3 Kilometer wird ich aber euch ersparen jetzt ja hier nur hinfahren und sagen ich mache jetzt den Cut und dann sehen wir uns ach quatsch ich halte das Video einfach nur an wenn ich dann dort bin die 3 Kilometer und dann bei diesem Niro Objekt bin dann sehen wir uns gleich genau so fast 10 Minuten später bin ich endlich an der Stelle hier was ist das für ein Geräusch noch ein Mikro-Rekorder noch ein Mikro-Rekorder noch ein Mikro-Rekorder Rückzug Rückzug was zum Teufel ist das für ein Ding keine Ahnung keine Ahnung der verdammte Wissenschaftler ist was machen wir jetzt was machen wir jetzt scheiße kein Ausstieg mehr ich hoffe ich hoffe ich werde es nie rausfinden ich hoffe auch ja ich werde mein Bike oben stehen lassen oh was ist das ist das nicht das Andenken noch ein Andenken Moment hab ich zu meinem Bike dann fahr ich jetzt zu diesen gesunden Hund die haben in den augen prallen alter ihr müsst das aber so sehen muss gleich noch ein paar pakete wegschicken das eis also also jedenfalls vor 8 uhr ruft sich das halt nicht die machen glaube ich erst an lass dich auf dort jetzt glaube ich noch eine halbe stunde ziehe ich die noch durch wenn die nur eine stunde ungefähr und dann kann ich mich endlich bringen die machen zwölf wozu und ich bin gotts verdammte rippen schicken naja jetzt muss sie alle töten jeden einzelnen dieser verfluchten das war ein jetzt 2 zeig dir den weg ja jungen zeig dir den richtigen weg die werden sich ja später sowieso noch die 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 Und noch einer. Jetzt hab ich dich, Arschloch. Eins werd ich auch mal klarstellen. Nachher für die große Horde. Ender Story. Das ist halt der Knackpunkt der Story quasi. Man kann die Mission überspringen. Man kann auch die Mission mit Mod-Menü spielen. So wie ich zum Beispiel. Seit Zeit schon mit Mod-Menü spiele. Ich weiß aber wenigstens wo der Bunker ist. Das ist schon gut. Was ich machen werde. Du bist der Letzte. Die. Was ist das? Mehr habt ihr nicht drauf? Ja. Das dachte ich mir. Das nächste Mal, wenn ihr jemanden überfallen wollt, dann passt auf, wen ihr euch aussucht. Die sehen doch aus, als könnten sie hier einen unterirdischen Bunker haben, oder? So. Äh. Die Mission. Lustig noch. Der ganz großen, 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 großen Horde. Die werde ich ohne Mod-Menü spielen quasi. Nur Ausdauer habe ich dran. No Reload. Wenn ich nicht immer zurücklaufen muss und so ein Scheiß. Hallo. Eine Karte. Sie haben ziemlich viel markiert. Was haben wir denn Schöneres? Wollen wir jetzt auch nichts Neues? Ha. Habe ich vorhin nicht diese Forschungsanlage schon aufgemacht? Was ist das denn hier? Digger, Satire raus, Digger. Ich spate erst mal. Okay. Nein, nicht runter. Ich würde sagen, ich mache die nächste Forschungsanlage. Ich schnappe mir mein Bike und fahre vor. Und pumpe mir noch mehr Lebenspunkte rein. Wenn ich das nämlich nachher spielen will. Ohne Menü. Ich bin quasi kein Godmond mehr. Besteht mich nicht falsch. Ich mache das aus Prinzip. Damals sehr dafür geackert. Und vielleicht was durchzuspielen. Sehr. Da hat endlose Versuchen gebraucht. Aber ich wollte es schaffen. Ich habe es geschafft. Mit der richtigen Kanone an Bord. Aber jetzt habe ich quasi die Kanone. Die halt alles geknackt. Bam. Ja, das wäre ein Leckerkeller. Und. Dieses Mal will ich testen, ob ich es schaffe. Ich habe es geschafft. Zwei. Dafür bekommen. Man hat aber bekanntlich Lebenspunkte. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Das war die Klippe zum rüberfliegen. Oh shit. Egal. Ich habe mich geschreckt. Warte, der muss weg. Warte, der muss weg. Warte, der muss weg. Ja. Ja, moin. Was war das denn? Könnte ich aber hier hoch? Warte mal. Sehr gut. Ja. 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 Ein Nero-Injektor. Es ist Ponto. Ein paar Vitamine. 175. Wo hat der andere hier? Ich würde sagen, wir sind immer hier in der Folge einen kleinen Cut. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn das Video euch gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Like und ein Aura. Und dann sehen wir uns auch schon in der nächsten Folge wieder. Bis gleich. Ciao. 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 Ciao.